hallo und herzlich willkommen zurück bei mario versus donkey kong in der letzten folge haben wir welt 4 abgeschlossen und heute machen wir in welt 5 weiter in der grusel villa mal schauen was für neue elemente jetzt da waren in der letzten in der letzten welt waren es nämlich blumen die man per knopfdruck um switchen konnte die einen irgendwo hingeblasen haben moment ich habe ne idee jetzt habt ihr euch ausgesperrt das ist überhaupt hier so gut muss ich mitnehmen ach du kacke ok interessant egal egal gehen einfach weiter also twomps kommen jetzt dazu hoffentlich richtig genannt ok zwei hier 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 ich dachte ich kann unten durch rein bis ich gecheckt habe nein funktioniert nicht und funktioniert doch müssen richtig stehen dafür so hier lang und wir haben level 1 abgeschlossen perfekt aber irgendwie habe ich gefühlt dass es nur sechs welten gibt in diesem game das werden wir dann schon sehen wenn wir nächste folge welt 6 beendet haben unten der strahl zeigt mehr welten an es kann aber natürlich sein dass wir welt 1 bis 6 noch mal schwerer kriegen oder so gut ja dann nehmen wir dich halt jetzt nicht mit schlüssel sondern danach erst so so erste passage geschafft immer rüber in zweite hälfte moment ich glaube ich weiß was ich machen muss muss nur aufpassen dass er mich nicht gegen die wand drückt wie es ausschaut und da sieht man wieder die gute funge sprung physik und kraft hier in diesem game von mario so beschissener geht es echt nicht so perfekt gehen wir rüber können wir nicht weil der da gerade du drüber fährt jetzt nehmen wir den mit perfekt level 2 abgeschlossen okay das heißt jetzt neue gegner und neue elemente gegner die einen schieben können okay das wird wahrscheinlich sehr interessant werden noch ist es jetzt sowas art wie schlangen blöcke wird er sagt nicht das sind schlangen blöcke die wir jetzt einbauen hier jetzt haben wir hier zwei geschenke im ersten bereich also schätze ich irgendwo hier drüben nein ich okay ich muss jetzt geschenkte drüben holen und dann können wir weiter gehen äh ja ich glaube das muss ich so machen so funktioniert es auf jeden fall so kann man es machen muss man aber nicht okay das ist interessant und ich muss mit dem schlüssel hoch den ich jetzt unten gelassen habe perfekt game danke dass man uns sowas sagt ich verstehe ich verstehe dafür ist der blaue schalter hier das heißt wir haben jetzt sehr viel zeit vergeudet hier wir müssen gelb nochmal anschalten und dann wieder blau sehr viel zeit verschwindet gerade ach du kacke das sind jetzt zwei geschenke hier warum sind jetzt hier zwei geschenke ja ich weiß schon mario bin schon oben heißt das jetzt gibt es nochmal zwei geschenke oder nur noch eins eins noch äh okay aha okay interessante dinger hier so perfekt Hier Sprung, 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 fertig. Danke, Bro. Okay, hier war es tatsächlich jetzt in dem Level mal mehr mit Zeitaufwand. Ich mach mal kurz meine Zimmertür zu, weil unser Hund bellt und ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Gut, gab es keine zuzumachen. Die war schon zu, aber trotzdem höre ich den Hund so laut, das ist nicht mehr normal. Naja. Hier geht's. Kurz. Ach du Kacke, ich will es nicht verarschen. Hä, what the fuck? Erstmal komische Visage, die du machst. So, musst du runterpeilen. Okay, wo ist der Schlüssel? Warum höre ich ab und zu so? Gut, geh mal durch. Aber safe kommen noch mehr jetzt, oder? Wir müssen hier durch. Mal durch hier. Haben wir das auch geschafft. Level 3. Ja, 3. Ja, 4 sind wir. Oh, wir sind schon 4? Ich dachte, wir sind jetzt 3. Okay. Dann. Gehen wir in Level 5. Jetzt kommen goldene Shy Guys noch dazu. Shy Guys da. Die auf Knopfdruck Böden werden. Also wer sich das einfallen lassen hat, der hatte Spaß wahrscheinlich. So. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Mal hier zwei. Gehen wir rüber. Danke. 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 Okay, schaffe ich das in zwölf Sekunden? Was soll ich hinkriegen? Das funktioniert. Okay, perfekt. Okay, das läuft tatsächlich sehr gut gerade. Okay. Wo bin ich hier? Das ist ein Geschenk. Okay, funktioniert so auch. Okay, das funktioniert so nicht. Perfekt. Soll ich vielleicht so funktionieren? So. Perfekt. Damit haben wir Level 5 abgeschlossen. Okay, das war doch jetzt einfacher als gedacht. Ja, egal. Ich beschwere mich nicht und schieße einfach das Level ab. Und damit Welt 5 auch fast komplett jetzt dann gleich. Ja, aber mal. Kurz. Level 6. Ach, du Kacke, du wirst mich doch verarschen. So. Da ist ein Geschenk. Und es gibt tatsächlich nur ein Geschenk hier. Interessant. Wir müssen jetzt die Rüben hoch. Hä? Wie zum Geier. Ach, du Kacke. What the fuck? Ich muss nochmal hier rüber. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin auf der falschen Seite runter. Okay. Ja, das war gerade ich. Ich bin gerade verwirrt. So, das heißt, ich muss dann von oben nach Syroo drüber springen. Und dann da rum. Komm, Mann, ja. Ja, genau. Ja, genau. So, hier. Ja, jetzt komme ich da durch. Aber ich sage, wir müssen nochmal runter zu gelb. Zu blau manchmal natürlich. Komm, Mario. Perfekt. Rüber. Und dann können wir jetzt weitergehen in den letzten Abschnitt. Okay, das letzte Level ist doch ein bisschen interessanter. Ach, du Kacke. Was? Nein. Wegen einem Fehler muss ich nochmal fünf Mal begehen. Game. What the fuck? Kommst du? Gut, gut, gut. Das schaffe ich nicht nochmal. Das schaffe ich nicht mehr. Wenn ich das jetzt noch schaffe, dann aus reinem Glück, ne? Gott! Drei Sekunden. Holy shit. Aber ich wusste wirklich, wie es funktioniert jetzt. Holy moly. Na dann. Ich brauche blau. Komm, wir mal hier durchschieben. Einmal hier durch. Danke. Danke. Nee, funktioniert so nicht. Da muss irgendwie anders die Geister sein, Alter. So. So. So, dann sind wir jetzt wieder hier oben. Das muss doch so lang. Es langt auch gerade so. Okay. So. Perfekto. Also, ich dachte schon, ich werde schon wieder zerquetscht oder so. Naja, jetzt hat es das letzte Level. Level 6 hat doch noch ordentlich Zeit gekostet. Aber mei, wir haben es trotzdem geschafft. Dann haben wir Welt 6 fast abgeschlossen, meine Freunde. Jetzt geht es in das Bonus-Level. Ja. Wir gehen ins Bonus-Level. Und zeig mal her, wie ich jetzt an die Schlüssel rankomme. So. So. Kracke. Ja gut, dann halt nichts. Dann holen wir uns noch die 5 hier. Naja. Wenigstens haben wir die 5 hier. Gut, dann. Immer jetzt Satz und Bernden Welt 5. Let's go, little guys. Ja, jetzt haben wir uns alle getötet. Ja. Jetzt haben wir uns alle getötet. Okay, wir können nicht auf dem Gelben springen. Wir können nicht auf dem Gelben springen. Wenn nicht alle durch sind. So. So. Er kommt hoch. Gut, hier. Hört mal das O. Moment. Was the fuck? Momentchen. Momentchen. Jungs, ihr müsst hier rüber. So. Ja, da musste ich jetzt hin. What the fuck muss ich hier denn machen für das Toy da unten? Hä? Okay, jetzt sind wir schon wieder so lang hier. Moment. Ich sehe schon. Das war Fehler. Ja, das war heute wohl die längste Folge. Gut, weiter hier, Jungs. Nein, Jungs, das war so nicht abgemacht. Gut, wenn ich nicht hier grindsired ouabschiede, ja, da ich gleich dringes tagged. Oh, nee, das war. Oh, nee. Oh, nee, das ist ja nicht die Ergonoslinie. Oh Gott. Oh. 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 Dok. Oh. Wie biết das? Oh. So. Komm mal rüber hier. Wie bist du hier zu drüber gekommen? Wie ist er jetzt schon wieder? So. Die Frage ist eher. Jungs, wie seid ihr jetzt da runter? What the fuck macht ihr dann jetzt schon? Das wird die längste Folge hier. Weil die Jungs einfach runterrennen hier. Und wie kriege ich sie da hoch? Das ist ja die bessere Frage. Dann nehmen wir das Ding hier mit. Wie kriege ich euch da hoch, Jungs? Ich kann euch nicht hochheben. Wie kriege ich euch da hoch? Ihr könnt über solche Lücken springen. Ja, gut zu wissen. Okay. Aber das mussten wir jetzt wiederholen, weil Leute einfach runtergesprungen sind. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber naja. Normalerweise wären wir jetzt schon längst fertig mit der Welt. Siehe andere Parts. Jetzt darf halt nur nicht der Boss fight kacke laufen. Na ja. Der erste Treffer. Okay, darf ich wissen, wie zum Geier er gerade nicht getroffen hat. Gut. Zweiter Treffer. Dritter Treffer. Natürlich, beim vorletzten. Beim letzten Treffer, ne? Game. So. Blau. Ich hatte es jetzt schon. Meine Fresse, ey. Dieses Game. Ja, meine Fresse. Ey, ihr merkt schon, dass ich gerade angepisst bin, ne? Ja. Ja. Nee. So. Zweiter Treffer. Ich hasse es, immer beim letzten Treffer getroffen zu werden. Meine Fresse. Ich glaube, ich sitze hier gerade auf einer Salzmine. Definitiv. Meine Fresse. Game. Gut. Gut. Dreh dich um. So. Danke, jetzt hat meine Fresse. Ach, ja. Wir hätten, wir hätten schon längst durchgehen, äh, durch sein können. Aber naja. Dann hat es heute halt etwas länger gedauert in Welt 5. Gehen wir weiter in Welt 6 in... Wo geht's hin? Wo geht's hin? In die Gletsch... Gletscher. Welt 6. Und ich glaube, das ist die finale Welt. Ja, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, ob das die finale Welt ist oder nicht. Da würde ich sagen, wie gehabt, ich bende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schaffen wir es hoffentlich besser, als heute Welt 6 abzuschließen. Ciao. Euer... Gladius. Bis zum nächsten Mal.